Meine erste GEMA-Auszahlung, die ich jemals hatte, da habe ich noch in meiner Kleinstadt gewohnt, bei Hannover in Wunsdorf. Und ich lief in die Sparkasse rein, habe einen Kontoauszug geholt, weil ich dachte, es muss ja irgendwann ins GEMA-Geld kommen. Und dann hatte ich 600 Euro von der GEMA überwiesen bekommen. Stark für die erste Überweisung. Ey, für mich war das damals überragend. Meine erste GEMA-Auszahlung war minus 20 Euro. Ja, genau. Das ist bei mir auch.